Boah, nein. Egal. Macht nichts. Oh fuck, grad dachte ich, ey. Wo ist der? Wo ist der? Boah. Ich hasse das. Du wirst abgesniperrt und hast keine Ahnung, woher das kommt. Aber da vorne sind welche, guck mal. Bist du tot? Nein, der Gegner. Der Sniper. Guck mal da vorne, da vorne sind wieder welche. Und ich treffe wieder nichts. Gott sei Dank bin ich mehr gegangen. Schönes Kisschen. Oh nein, jetzt will ich hier rein und da ist einer drinnen. Drinnen? Ja, in den Haus. Zwei Stück sind da drinnen. So, ich hab dir erstmal den Arsch reanimiert. Bist du schon wieder tot? Scheiße, Mann. Ja, deswegen, warte. Nee, ich geh jetzt von vornherein, warte mal aus. Bleib da, bleib da, bleib da, warte. Ich komme. Gut, guck da vorne, probier ich das. Komm, wir sprengen uns hier, wir sprengen wir hier ein Loch rein. Vielleicht treffe hier einer drinnen. Nein. Oh Mann, jetzt. Ah. Liegt der Rusher tot im Keller, war der... Nee, halt, falsch. Hä? Liegt der Camper tot im Keller, war der Rusher wieder schneller. Liegt der Rusher tot daneben, hat der Camper einen Kollegen. Genau so war es grad bei mir, verdammt nochmal. Oh Mann. Nein, für AEK, da brauch ich ein Visier, ey. Geht da nicht. Der eine, der hockt da immer noch drin, ey. So, jetzt. Das kann nicht sein. Wenn ich einen Camper sehe, dann gebe ich nie Ruhe, bis ich den erledigt habe. Auch wenn ich tausendmal dafür verricken muss. Hauptsache, der eine Pisser ist tot. 10 zu 6. Ist okay, ja. Ich reg mich zu schnell auf im Battlefield. Glaube ich, finde ich. Oh ne, jetzt haben die D-Shunt getötet. Ah. Wo bist du eigentlich? Ich war grad neben dir. Äh. P wird eingenommen. Wo ist B? Hä? B? B? A? Standbild, Standbild. Keine Waffe in der Hand. Leck. So. Und das alles auf einmal. Unglaublich. Ja, das ist aber nur bei den... großen Servern. Bei den anderen, wenn so 32 Spieler drauf sind, dann läuft mein Spiel so flüssig. Ja gut, dann können wir ja vielleicht gleich Serverwechsel machen. Ja, das könnten wir auch mal tun. Vielleicht doch mal irgendwas anderes. Vielleicht mal Rush oder so. Squad Rush habe ich mit meinen... mit ein paar alten Schulkollegen gezockt. Das ist auch ziemlich cool. Da kommt ein Tank an. Ja, und ich bin natürlich kein Pionier. Gucken, wo der grad lang fährt. Wie ist eigentlich die GTX 460 so? Also allgemein so in... Spielen? Äh... Ich finde die halt nicht recht gut. Also auch halt Preis-Leistung auch. Ist ja nicht echt gut. Was kostet die oder was hat die dich gekostet? Oh, da hätte ich die Gegner gekriegt, Dinger. Äh... Ich hab, äh... 150 bezahlt. 150? Oh je, okay. Ne, äh... Kennst du die GTX 560 TI? Ja. Die kostet 190 und damit, äh... soll man anscheinend auch alles auf Fulladio Maximum spielen können. Ach... Äh... Mit den TI, die... Weiß ich nicht... Mag ich nicht so die TI-Karten. Ne, TI ist allgemein so, äh... Steht, glaub ich, für mehr Power. Bisschen mehr, also bisschen overclocked. Aber die GTX 690 kommt ja bald raus. In die nächsten Tage. Ach... Boah, das wär ein Traum, die zu haben. Ja gut, dann suchen wir uns jetzt einen anderen Server raus und man sieht sich dann gleich wieder. Tschöö! als ich den Gegner gesehen habe, was irgendwie unglaublich ist. Hey, das war ein klarer Kill. Was soll das? Nein! Oh Mann, das läuft aber mal gerade so voll nicht. Verdammt. Gibt es so wenig. Komm jetzt hier, ich will jetzt Kills machen. Ich will töten. Am Kran rechts ist einer. Ich sehe ihn, ich habe ihn auch. Boah, Sniper. Noch einen. Die AEK, die geht aber schon gut ab. Hilfe bei Kill, Hilfe bei Kill. So, ich muss mal was anderes spielen. Ich nehme die Z-Waffe hier. Oh, mal für Brücke standen gerade welche. Fahre nochmal ab hier. Ja genau, Win-Fail. Ja gut. Also was bist du eigentlich unterwegs? So Sniper. Als Medic. Ah, du auch. Oh, auf dem Kran hockt schon wieder ein Camper. Da ganz oben? Äh. Oh mein Gott. Ach, da ist wirklich einer. Ich hasse, dass die Sonne blendet. Übel. Das ist echt krass. Wo hocken denn die da oben auf dem Kran? Ich sehe die gar nicht. Egal. Da kam gerade einer vom Kran runtergeflogen. Pst. Kam ein Gichner geflogen. Boah, ich glaube, da ist einer. Der gilt auch auch nicht. Ich finde die Gegner nicht mehr. Wenn ich einen finde, ist er tot. Na ey, da war jetzt nicht wirklich einer, oder? Ey, genau, komm. Ich hätte wieder 50.000 Kills machen können und ich bin reanimiert worden. Nee, doch nicht. Ich auch. Nee, ich bin nicht reanimiert worden. Ich habe es nur gemeint. Wenigstens habe ich hier gerade noch einen Kill abgesahnt. Ja, verreckt nicht. Mann. 5% noch. Genau der. Nein. Hey, Mann. Jetzt kommt einer. Ah, weiß. Ey, nee. Geht mal gar nicht. Da habe ich dich reanimiert und dann genau kommt einer noch um die Ecke. Oh, jetzt habe ich auch noch Dinge zu der Hand. Ein Defi. Ja, genau, bei mir auch. Ey, geht mir das hier gerade auf den Sack, Alter. Ohne Witz. Ich möchte jetzt gerne mal eine andere Waffe nehmen. Danke. Aber die AEK geht schon ab. Ja, genau. Komm. Ist eh klar. Scheiß Drecksping hier. Mein Internet ist so für ein Arsch. Was hast du für eine Internetleitung eigentlich? Äh, 32.000. Ey, guckst du das mal? Ich habe gerade mal 10.000. Meine Fresse. Ja, die spawnen direkt hinter einem oder campen sich dahin oder hacken sich durch. Der Grandel hat ja eh das beste Internet in seinem Dorf da, ne? Ja. Der tut mir leid. Also das ist echt krass. Wenn der eine Internetseite lädt, dann fängt sein Stimmen Skype so heftig an zu laggen. Ach, was ist denn das? Ich sterbe hier. Andauernd. Aua. Der mit seiner F2000. Ich kriege ihn nicht tot. Sind Claymars erlaubt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss probieren. Oder schreib mal in Chat aus dem Bezeichen Rules. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Äh, Claymars nicht erlaubt. In Bar 20 RPG. M26. Gut, da ist einer. Boom, er ist einer vom Kran geholt da oben. Ja, gut, jetzt läuft's aber auch grad wieder ziemlich gut. Äh, weiß ich lange noch. Nein, nein. Hey, das, denk ich, da hab ich nicht getroffen. Das ist halt geil. 14-7. Ja, gut, das ist eine 2er. Ah, nee, das geht in Ordnung. Oh, man, vom Kran haut wieder einer. Oha, oh Gott, noch 4%. Nein! Hey, der mit seiner F2000, ey, ne? Ey, mit 2% überlebt der Pisser. Oh, nein. Scheißendreck. Scheiße, mich juckt's gerade am Arm, aber ich will mich nicht kratzen, weil ich weiß, dass ich genau dann getötet werde. Ich werfe die ganze Zeit nur Granaten auf dem Kran. Jawohl, Headshot. Wieder Headshot. Ja, so Kills will ich öfter haben. Ich hab mich schon seit 5 Gegner auf dem Kran getötet, weil ich die ganze Zeit nur Granaten einmal hochwerfe. Nein! Meine Fresse! Nein! Oh, Mann! Scheiße, ich sollt nach links und rechts gucken. Was lernt man wohl im Kindergarten, wenn man über die Straße geht, Mann? Links, rechts gucken. Was mach ich? Äh? Nicht gucken. So, okay. Ich leg mich schon wieder hin. Krass, krass. Was COD aus einem macht, ey. Lol, ich treffe mal nix, ey, hier, aber renn mal an die Gegner vorbei. Oh, Mann. Das hast du bestimmt nicht gesehen gerade, oder? Nee, ich konzentriere mich da gerade auf den Kran, die Leute. Hatte ich denn mal wieder Granaten? Ich war gerade so in dem Container drin, kennst du da drin, da gibt's so Container, kann man durchlaufen, gell? Und dann kommen mir so zwei Gegner entgegen, gell? Ich hab's mal nachladen vor Schreck, renn an denen vorbei, die schieben's nicht, drehen sich so ganz langsam um, gell? Ich wieder fast fertig nachgelandet und dann haben sie mich gekillt. Da war doch gerade wieder einer. Genau, fuck, den hätte ich haben müssen. Boah, das war ja jetzt gerade lustig, die letzten zwei Minuten. Haha, sch- Genau. Hey, ich stehe wieder am Nachladen. Dann immer, wenn ich nachladen, kommen mir Gegner entgegen. Dann renne ich an denen vorbei und die schieben's nicht. Aber ich brauch trotzdem zu lang zum Nachladen, das ist ja cool gerade hier. Da bist du, hallo. Boah, erschrocken, ey. Lass haben wir hier einfach mal hinwerfen, mitten im Weg. Ne, 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 ne. Nun ist cool, der steht direkt vor mir und schießt an mir vorbei. Ja, manche Gegner sind halt Noobs. Hey, und dann... Hey, der hätte dich töten müssen. Das war ein ganz klarer Kill. Mein Gott. Ich will meine KD gar nicht angucken, weil ich sonst wieder sauer hatte. Genau, spawnt einfach mal ein Gegner direkt vor mir, weißt du? Mit 2% kommt der jetzt natürlich wieder. Was soll die scheiße Battlefield? Mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Spawnt der Gegner direkt vor mir, weißt du? Boah, jetzt erstmal regenerieren lassen, ey. Ha, ha. Ha, ha. Das gibt es nicht. Die sind auch echt witzig. Die Usas verbieten sie, aber die DAO 12 ist erlaubt, was im Prinzip genau die gleiche Waffe ist. Genauso behindert und ludig. Doch, ich guck jetzt meine KD an. 19, 15. Ja, leck mich. Oh, Jesus Maria. Oh, Gott. Habe ich den noch bekommen, den letzten? Weiß ich nicht. Genau. Was habe ich gerade gesagt, was ich hatte? 19, 13. Na gut, wir haben gleich ziemlich genau eine Stunde aufgenommen. Das heißt, ich mache jetzt einen Schnitt und man sieht sich dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Also, bis denne. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö